Hallo, ich heiße Anna Riedelmann und begrüße euch zu einem neuen Format, K-Kino. Ich lebe seit acht Jahren in Korea, habe Medienwissenschaft, Koreanistik und Schauspiel studiert und liebe koreanische Filme. Filme und Serien aus Südkorea erleben einen Boom mit internationalen Auszeichnungen für südkoreanische Filmemacher wie Bong Joon-ho für seinen Film Parasite und erst kürzlich für die Netflix-Serie Squid Game. Aber welche koreanische Filme gibt es noch? Ich möchte euch insgesamt zehn Werke vorstellen, die euch einen super Einblick in die koreanische Filmwelt bieten. Heute geht's los mit dem ersten Film A Taxi Driver aus dem Jahr 2017. Mai 1980. Südkorea erlebt politisch unruhige Zeiten. In der Stadt Gwangju im Süden der koreanischen Halbinsel protestieren Studierende und Einwohner gegen die Militärregierung und fordern Demokratie ein. Inmitten dieser Unruhen befindet sich Peter, ein deutscher Journalist, der die Demonstrationen und ihre blutige Niederschlagung durch das Militär mit seiner Kamera aufnimmt. Wie ist Peter in diese fremde Stadt gelangt und wurde Zeuge zu einem der wichtigsten Kapitel der koreanischen Geschichte? Wir gehen ein paar Tage zurück und sehen zunächst einen Taxifahrer aus Seoul, Mansob, gespielt von dem Parasite-Star Sung Kang-ho. Mansobs größte Sorge ist seine Tochter und das Geld, an dem es ihm stets mangelt. Als er hört, dass ein Ausländer für die Strecke von Seoul nach Gwangju eine hohe Summe bezahlen möchte, kann er sein Glück kaum fassen. Bei dem Gast handelt es sich um Peter, einen deutschen Journalisten gespielt von Thomas Kretschmann. Er ist nach Korea gereist, um sich ein Bild von der Lage in Gwangju zu machen. Wie viele andere einfache Bürger hat Mansob keine Ahnung von den Geschehnissen in Gwangju, denn die Medien werden zensiert und keine Nachrichten gelangen an die Außenwelt. Als die beiden Männer in Gwangju ankommen, können sie gerade noch so in die militärisch abgeriegelte Stadt. Mithilfe der Einwohner nimmt Peter die Proteste auf. Der verängstigte Mansob will sich zunächst aus der ganzen Lage herausziehen, doch entscheidet sich schließlich doch, dem deutschen Journalisten und den Bewohnern von Gwangju beizustehen. Das koreanische Militär hat schon eine Fahndung gegen ein Taxi aus Seoul mit einem ausländischen Fahrgast eingeleitet und somit müssen sich die beiden beeilen, damit die Aufnahmen aus dem Land geschmuggelt werden können. Der Journalist Peter beruht übrigens auf einer wahren Person, und zwar auf dem deutschen Journalisten und Kameramann Jürgen Hinzpeter, dem es gelang, den Aufstand in Gwangju in Bildern festzuhalten und die Welt darüber zu informieren. Damals wurde er tatsächlich von einem Taxifahrer begleitet, den er allerdings entgegen seiner Hoffnung bis zu seinem Tode im Jahr 2016 nicht mehr wieder treffen konnte. Ich glaube, 30 Meter ohne die Kamera abzusetzen, gedreht und bin von Sarg zu Sarg gegangen und zwischen den Sargen gegangen, bis ich bei einer Frau, die durch ihr Weinen und ihrem Ehemann den ganzen Raum erfüllte, das hörte man, das höre ich heute noch und ich höre es ja immer wieder, wenn ich meinen Film angucke, mich so traurig gestimmt hatte, dass ich selbst so berührt war, dass ich eigentlich heute noch Gänsehaut kriege und zu der Zeit dann weinend aus dem Raum rausgegangen bin. Ich habe dann noch einen Schnitt gemacht von dem Pastor, der dort stand, den habe ich, glaube ich, auch wieder getroffen. Dieser Film zeigt, wie die Solidarität, ein starker Wille und die feste Entschlossenheit vieler Menschen etwas bewirken können und welche Bedeutung der Aufstand in Gwangju für die Demokratiebewegung in Korea hatte. Das war's für heute. In zwei Wochen bin ich wieder mit einer neuen Filmempfehlung da. Bis dahin, alles Gute. Tschüss! 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 Bis dahin, alles Gute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020